hey leute und herzlich willkommen heute zu einer runde minecraft quick survival games und es geht doch direkt los ich glaube ich nehme sogar falsch auf wenn es mich nicht wenn ich mich nicht irre verdammt das wird um hier zu gehen ich nehme ein bisschen falsch auf also könnte es sein dass dieses video nicht full hd sein wird das jetzt im fenstermodus glaube ich aufnehmen also den desktop halt mit und das ist halt mega kacke sehr gut sehr nice ja und wir spielen eine runde kurs key ihr gesehen habt und oder ich habe ich glaube schon gesagt egal mit dem shader mit einem shader das problem ist halt den habe ich jetzt nicht kommen sehen jetzt kannst du sowas von vergessen mich hier runter zu schubsen auf fach 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 ist natürlich mega nice und ich muss jetzt rot spammen weil schrotten sogar falsch und gott sei dank alter ich bin grad so mega angespannt weil mit shader zu spielen leute glaubt sich das ist eine neue challenge es geht mit shader ich weiß viele machen es aber ich kann das einfach überhaupt nicht und ja gibt ein like wenn es auch nicht könnt spaß nein jetzt mal ernst ich habe gedacht wenn ich mal kurs gespiele kann das eigentlich mit dem shader machen bzw manchmal mit dem shader hier es geht und es ist ja eigentlich mega nice und macht ja auch fun könnt ihr mir in die comments schreiben ob ich kurs geht jetzt mit shader machen sollte ob wir mehr davon sehen wollt und ja man sagen dann passt das ja eigentlich nur aber ja bisher getroffen gg der wird sich jetzt gewundert haben von wo er eins beschossen wurde noch mal getroffen da mich einmal getroffen aber schon abgeblockt wo die pfeile könnte ich gebrochen hat nämlich nicht so viele ich glaube der pfeil ist dann weg so sehen kann ich auch nicht richtig rot spam wenn sie auch vor mir direkt stehen dann kann ich auch nicht so gut rot spam denn ich scrolle ja ich hot kehrt nicht auf die ange außer im kampf natürlich das ist was anderes oh schön dass er so abwechselt mit dem schießen und nicht nur auf mich geht er packt den boden oder dein ernst nähe lächerlich kommen ganz ehrlich das deswegen ich hasse es eigentlich abzustauben im kurs g also vor allem im dm jetzt so abzustauben ist etwas anderes aber ich meine halt im dm weil das ist mega mies sowas das problem ist die leute machen das selber guckt jetzt muss ich auch wieder warten ok oh gott ne der kriegt mich nicht verspreche ich euch leute den werde ich jetzt racken für die aufnahme tja denn für jetzt eine runde kurs geht halt etwas langweiliger als naja junge ach digga ganz ehrlich bitte kannst es nicht einfach mal lassen sorry leute dass mich sowas anpisst aber ich hab da echt keinen bock drauf so ich muss halt voll regen ja also wenn er weiter so bau spammt dann kommt er seinem ziel nicht näher ne werium kurs a love verium der heck nicht aber das problem ist halt er bau spammt wie du sicherlich gemerkt hast und ich würde mal warten ich würde mal sagen tja ich brauchst wenn ich auch gleich mal zu tode aber wir werden sehen kommen tja und 0 4 3 ok kein wunder ich würde mal sagen äh die geben ihm doch viel bessere hits waren geht doch alter kann doch nicht wahr sein gg ähm ja ich würde mal sagen das war's von der runde survival games quick survival games jub ähm jo sagt mir äh schreibt mir in die kommentare wenn ich mehr mit dem shader spielen soll also wenn ich mal qsk mache und dann würde ich mal sagen haut rein und bis zum nächsten mal leute bis zum nächsten mal leute